So, nachdem wir das jetzt endlich hinter uns gebracht haben, kann es jetzt also wieder weitergehen. Sind dann wahrscheinlich nicht alle Dollar-Missionen fertig. Zumindest vorher erst. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Get out of the way! What's going on, homie? What's going on, homie? I don't want to get something a little more look at me. Top fucking buzz this! I'm peeking on the blood pressure alone! Yeah, terrific! Tja, eine der nervigsten Missionen überhaupt. Weil man immer froh ist, wenn man's endlich hinter sich hat. Das wird socken. Vor allem ist das total sinnfrei, dass man den Flieger nicht einfach vom Boden aus abrattern kann. Und dann ... 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 Oh, ich war schon in der Macht hier rum und es hat nicht gezählt. Man ist nämlich nur gerade so schneller als der Gegnerflieger. Hey, was ist passiert? Shit! Wie hat er das hier gemacht? Who cares? Waste sie! Wir werden deine Körper über den Zerern schlagen. Warum kann ich die Gegner nicht headshotten, zum Teufel? Der pilelt sich einfach aus dem Nix, dieser Erschi. Warum zum Teufel meine Flieger dann noch extra zurückbringen, das werde ich auch nie verstehen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Mal sehen, wie blöd ich mich diesmal beim Landen anstellen werde. Ich glaube, ich habe wegen diesem Voll-Erschies viel zu viel Rüstung verloren. Ach, die Erschies gibt es ja auch noch. Ja, ich weiß es. Ich weiß es, du wirst. Ich sehe dich da. Karl. Ich bin nicht so, dass du. Oh, you! Move it, a-hole! I'm gonna call my brothers! Hello? Other people walking here! Oh yeah, baby, let's go! Watch it, bozo! Pardon me! You call that fighting? He just, like, bumped into me. Let me show you how to throw a punch. Are you blind or retarded? I'm not afraid of a black eye. Dude, be careful. You think cause I'm a girl I can't fight? My dad taught me how to fight. Watch where you're going. Dude, I'm gonna kick your ass! Move it, a-hole. You call that fighting? Hello? Other people walking here? Let's see what you got, sissy! You say, what kind of laughter? What else do you get? What's your name? You say, what kind of laughter? I'm out of it. I don't know the words that are the answer to them. Look, you're looking at the right. In the eyes and eye, it's the best to get a hug. ARD Text im Auftrag von Funk Nicht die nächste Casino-Mission. Wer ist eigentlich davon ausgegangen, dass man die jetzt machen kann. Aber anscheinend muss man erst dieses Bullen-Schwein von Pulaski um die Ecke bringen. Und den Idioten mache ich aber mal voll weg. Das kannst du aber glauben. Theoretisch könnte ich es mir ja auch einfach machen und irgendwo eine Minigun holen. Dann kann man den nämlich in einer Sekunde gählen. Die Ecke Ist das so ein Schottmobil? Das ist so ein Schottmobil. Wie ist das bloß das Fahren hier auf einmal gar keine Autos? Ah doch. Äh? Ihr Erschies? Warum haltet ihr nicht an? Das ist so ein Schottmobil. Du bist so cool, aber ich brauche das Papier. Hey, du bist so cool! Hey, du bist so cool! Das ist so cool, du hast viel zu viel strikert. Hey, Eddie! Mach dir das Auto auf und geh mal aus! Hey, Eddie! Geh mal! Hey, Eddie! Mach dir das Auto an! Wenn er nämlich entkommt, dann hat man es nicht geschafft. Karl, du hast es alles falsch, Freund. Tenpenny war derjenige, die deinen Schein schützen. Jedes Mal, wenn ich ein Video bekomme, finden wir eine Erklärung, um dich zu leben. Toll. Die hat dem seine Karre in ein paar tausend Strecke. Die Karre in ein paar Tausend Strecke. Die Karre in ein paar Tausend Strecke. Das habe ich nie getan. Karl, du hättest deine Mutter gesehen, bevor sie geboren wurde. Sie war ein realer Mist. Und ihre Gesichter hieß. Du hättest die Karre in ein paar Tausend Strecke. Und sie haben sie mit ihr in der See. Du weißt, sie kümmern sie und kümmern sie. Die Karre in ein paar Tausend Strecke. 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 Was ist das denn? Also irgendwie spiele ich momentan echt wie der größte Versager aller Zeiten Also so als hätte ich noch nie GTA San Andreas gespielt Wahrscheinlich ist das auch das Gefühl, dass der Zuschauer so langsam kriegt Dass ich einfach zu schlecht bin für dieses Spiel So, jetzt werde ich gleich wieder tot gehen Weil ich jetzt nämlich natürlich auch keine Rüstung habe und viel zu faul bin, um mir wieder eine zu besorgen Ja toll Äh, diesmal klappt es nicht so gut Na toll, der kann ja auch einfach auf die Idee kommen, in die Richtung zu fahren Man hat aber auch nicht genug Zeit, um einfach mal die Karre zu wechseln Oh, jetzt ging ich dich aber tot Ich bleibe dich lebendig! Nun ist es mit mir und ich bin nicht so eine schwelle Tüche! Also wie ist deine Schwester? Das fährt ja auch noch einfach mal da rein. Was fällt denn dem ein? Was hängin' off. Don't fuckin' talk about my mom. The boys, you know, they fooled around with her at the sea. You know, touchin' her, jokin' around and shit. Fuck you, Pulaski! Fuck you! At least I got extra panin' right now. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. wa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la! Wa-la-la-la-la-la-la- Ey, wie viele Headshots hält denn der BITTE schön aus? Ah,alt, das ist ein blöd Mann! Ho fillers gehabt!Fass hätte mich wieder gekillt! Ich habe jetzt keine Zeit für irgendein Idioten-Handy. Ja, ja, bla! Was ist der Zahl für ein verteufelter Luschi, der sich immer alle machen lässt? Ich würde gerne mal eine Mission, in der man ballern muss, schaffen, ohne zu sterben. Ich würde später nur noch weitergehen, wo es ja immer noch schwieriger wird. Ich meine, selbst mit maximaler Rüstung ist es so, dass ich alles sterbe, ohne irgendeine Chance zu haben. Das gibt es ja wohl nicht. Früher in meinen besten Zeiten wäre ich nie so unobig gewesen. Das ist ja wohl nicht so unbegreifend. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt ist das Video aber wieder ganz schön groß.